Ganz kurz, ganz kurz, wollen wir ab jetzt mal vielleicht, ich glaub, da jetzt wenig Fragen während den Runden kamen, mit Fullmute spielen. Dann können sich die Toten quasi währenddessen so unterhalten. Ob es quasi die Toten sie immuten können während der Runde... Ja, aber ich bringe meine Farbe Weiß zurück. Das müsst ihr unter euch ausmachen. Ja, Glentex, komm, das ist... Vielleicht liegt es doch einfach in der Farbe, dass du ein Poster bist. Nee, jetzt komm, das ist Assoziat. Jetzt gib mir bitte meine Farbe zurück. Gegen meine Argumentation kannst du dich leider nicht werden. Jetzt ist es zu spät. Nee, jetzt komm, gib mir meine Farbe Weiß zurück. Du musst sie mindestens jetzt noch eine Runde Weiß spielen lassen, um zu schauen, ob der Reconnect-Volfen hat. Ja, genau. Danach können wir gucken, ob es an der Farbe liegt. Ihr könnt sonst Schere-Stein-Papier spielen. Okay, sind alle Standort? Ja. Ja, ich bin Standort. Wenn ich nochmal im Poster bin, dann bitte votet mich einfach raus. Ich hab keine Bock mehr. Dann musst du Weiß nächste Runde haben. Ja, dann bist du Weiß los. Bitte dann im Poster. Oder wir machen so coole Sachen wie irgendwie, dass wir die Special-Tasks irgendwie mit der Wahrscheinlichkeit hochstellen, weil dann ist sie vielleicht nicht Imposter, sondern wird vielleicht Guardian Angel oder so ein Spaß. Das ist doch auch schön. Ja gut, es wird effektiv erst ausgelost, meine ich, welche Rolle man generell ist. Also Crewmate oder Imposter. Glaub ich, bin ich mir nicht zu 100% sicher. Und dann der Rest. Aber ich weiß nicht zu 100%. Ja, warum kommen wir jetzt mal bei diesem Screen? Ja, warum kommt jetzt mal bei diesem Screen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen sus, ja Glentex, aber du musst mich jetzt nicht die ganze Zeit verfolgen Ich vote auf, Gordon Ja, ich akzeptiere die Entscheidung, komm, mach mich einfach raus Nee, sie ist diesmal, solange wie sie dann im Admin-Table stand mit dieser Karte, glaube ich, ist nicht diesmal Okay, ich bin hier eine ganz schöne Weile her gelaufen, sie hat mich jetzt zwar abgehangen, gerade als der Kill reportet wurde, aber wenn der Kill nicht gerade jetzt gerade gefallen ist Ja, ich war bei ihr doch, ich war noch bei ihr Kann man bitte erstmal Dennis aussprechen lassen, dass wir wissen, wo der Kill überhaupt gemacht wurde, so ein paar Infos Nein, was denkt ihr denn? Kill liegt in Cafeteria rechts unten Ich hab noch kurz in Admin reingeschaut, da war Volker noch, als ich zurückgekommen bin Ja Ja, Fantasy, hier Janine, bist du, glaube ich, noch dazugekommen aus Richtung Mad Bay? Ja, das ist korrekt Okay, mehr Infos hab ich nicht Glentex und Don kann ich verteidigen, die hab ich gerade unten bei Electrix gesehen, meine ich Volker, du hast da Kabel gemacht, ne? Gerade Electric Genau, ich hab Kabel gemacht und dann wollte ich Cafeteria oben links Kabel machen Okay Ähm, wo Cafeteria genau lag der unten rechts? Äh, nee, weiter unten noch, also ich würde sagen, halber Weg zwischen Vent und Gang nach unten Okay Soweit es mir tut, dass du da sagst, dann kann ich den Kill aber Gordon Ramsay nicht gemacht haben Oh Ja, oh Mann Ich kann mir leid, ich kann leider auch nicht immer ein Poster sein Also, wenn ich Halt sie aber im Auge Warte, was voten wir jetzt? Ich hab nichts mitbekommen Skip, skip, skip Skip, skip, skip Skip, skip, skip Wenn ich schon was gesehen hätte, was votewürdig wäre, würde ich jetzt ganz überheblich klingen Und die Leute einfach nur sagen lassen, was sie denn so gemacht haben Tschüss Danke, Alan, voll mute Gobind Zum Zum Beispiel Writing Zum All Zum Mueller Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich direkt im Gang bei Edwin. Wir sind beide. Wir sind seit gleich. Aber ich war schon immer schneller mit dem Drücken. Aber auf der Cam wurde er weggemacht. Ja. Ich bin halt dieses Ding, wo man sehen kann, wo Wissenschaftler Dings. Und es muss halt wirklich gerade eben passiert sein. Ich habe gerade die Leiste gecheckt, da war nichts. Und dann eine Sekunde später auf einmal ein Report. Und ich war auch mit Janine in Navigations. Dann bin ich weiter Richtung Hochweapons gelaufen. Und auf einmal kam dann der Report. Ich habe aber leider nicht gesehen, wer wieder dahin gelaufen ist. Wer war mir? Das war ich. Ich auch. Ich war danach noch kurz bei Repair. Du warst kurz vorher. Ja, genau. Können wir BK verteidigen lassen? So kurz? Bevor wir den mucksen? Also ich weiß, ich bin ja von Storage nach oben. Das war ja da. Da bin ich ja dann auf Phil Sire getroffen. Dann ist Fantasy Bay mir entgegengekommen. Und dann war auf einmal der Report. Also ich bin mit Woka zusammen aus Electrical rausgelaufen. Wir sind in Storage und sind dann in Endeffekt direkt in die Leiche gelaufen. Ja, das ist dann übergelegen. Also ich habe dich zumindest nicht gesehen. Nur außer in Electrical irgendwie kurz. Aber halt Storage nicht. Ich habe halt Gabe auf der Campain wegmachen sehen. Weil da hat irgendwer gerade gesagt, wurde irgendwer gerade nicht von irgendjemand geproofed. Weil bis jetzt... Ja. Also ich kann auf jeden Fall für die letzten Sekunden Woka approven. Und ich habe in Electrical auf jeden Fall BK gesehen und Dennis. Und danach halt nicht mehr. Ja, ich kann Glentex approven. Weil Glentex ist von Kameras aufgesprungen, als wäre gerade dabei erwischt worden, wie er Erwachsenen-Videos geschaut hat. Ich habe jemanden... Ich habe Maud live beobachtet, okay? Ich habe Maud live beobachtet. Das sind auch Erwachsenen-Videos. Oha. I guess. Aber herzere. Also ich habe geskippt, möchte ich trotzdem nur kurz sagen. Ja, du bist der Nächste, der rausfliegt. Okay. Have a great time. Full mute. Ah. Risky kill, Eileen. Nee. 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 Wer ist der andere? Ja, wer ist der andere? Ja, wer ist der andere? Koch. Wie immer. Ja. Ja, Don. Ja. 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 In Camps. Hallo. Ich war im Admin-Panel und bin auch grad zu Camps gelaufen, weil ich mich gewundert hab, warum zwei Security sind, aber niemand in der Kamera. Ja, und ich hab mich gerade gewundert, weil ich hab gesehen, dass jemand Security war. Und dann, also es waren irgendwie Leute Security und auf einmal war irgendjemand im Mad Bay. Okay, dann bin ich da längs gelaufen, weil vorher war halt niemand im Cafeteria oder Upper Angel. Das fand ich irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Das heißt, ich hab immer gewendet, wahrscheinlich. Ja, ich hab eine Frage an Pink. Dann bin ich da hingegangen und bin dann direkt Layen in die Arme gelaufen. Das heißt, wahrscheinlich kam Layen aus Mad Bay und hat gewendet von entweder Electrical oder Security. Ich hab aber auch eine Frage an Pink, warum er von Camps gerade weggerannt ist. Also Camps war, ja, also war ja gerade Sabotage und du bist mir entgegengekommen unten bei Electrical und Storage. Also bei der Sabotage, da waren Woka und ich dann unten. Mir ist ein Kongs in der Regel immer egal, als ich mach, komm's eigentlich nie, weil die mir egal sind. Und als wir drei dann da unten uns getroffen haben in Communications, ist Purple mir halt da entgegengekommen. Richtung Electrical, Lower Engine oder so. Das stimmt, ja. Ich hab da mein Kabel gemacht in Electric. Ja. Ich bin dann auch umgelaufen Richtung Mad Bay, um zu gucken. Das ist mir zu sass. Ja, mir auch. Also wie gesagt, ich bin, ich hab halt nur gesehen, dass auf einmal irgendjemand in Mad Bay ist und ich war so, okay, warum ist jetzt jemand in Mad Bay, wenn niemand Upper Engine oder Cafeteria war? Und wie gesagt, dann lief mir direkt Layen in die Arme. Also kann natürlich... Ich glaube, sie will die Geschichte. Irgendwie schon. Ich bin mir gekommen von... Fast zu meinem... Ja, da wird Geodden Ramsey geworstet. Der musste sein, ne? Ja, ja. Ich denke, wir können... Na ja. Haben wir's gewonnen. Wenn ich dann... Juhu! Ey, ich hab alle meine Impost, aber geil! Ich habe alle meine Tasks geschafft, ohne zu sterben. Das ist... Ja, ich auch. Das ist egal, weil ich dich nicht auf dem Kika hatte. Das Schlimmste, ich war im Zeitraum, ich bin geschapeshiftet und es war dumm, die Person in Camps zu töten, weil ich hätte einfach auch in Camp-Up gehen können und Leute hätten das nicht bemerkt. Und was passiert, natürlich sitzen in der gleichen Sekunde Leute in Camps und in Admin. Das ist alles kontaktiert. Also lustig als... Ich hatte halt nur noch Tasks in Electrical, glaube ich. Und ich hatte halt einfach rein, hinzulaufen. Übers Handy? Ja, es geht auch. Du würdest über das Handy mitspielen? Das ist schon Scam. Aber du hast kein Discord. Ja, dann müssen wir ihn so laut anschreien, dass das... was hört. Du hast auf iPad-Discord, nein. Ich glaube nicht, dass das gut ist, wenn du jetzt hier mitmachst. Jetzt hätte ich schon gedacht, da müssen wir halt so laut anschreien, bis er weint. Weil wir über Discord reden. Nein, Anita. Aber du... Aber wir reden über Discord. Discord. Meine kleine Schwester fragt mich gerade die ganze Zeit, ob sie mitspielen darf. Also, wie gesagt, wenn sie irgendwie Discord zum Laufen kriegt, ohne dass wir alle danach taub sind, dann sehe ich das Platz. Du kannst mitmachen, aber du musst halt Discord. Wie alt ist denn deine kleinen Schwester? Einfach 13. Ah! Ja, Jugendschleiter. Das können sie doch benehmen. Das... Ja. Ich mache das ganz kurz. Ich hoffe, das ist kein Problem. So, ich bin jetzt sowieso raus. Deswegen. Man sieht sich... Wie heißt ihr überhaupt nochmal auf Discord? Aui! War ein paar schöne Runden. Ja, war schön. Tschüss! Au rei! Stenma! Tschüssi! Ich wünsche euch auch noch einen netten Abend. Man hört sich wieder. Ciao! Jo, bis dann. Tschüss! Ciao! Ja, ich muss aber erstmal einen Link machen. Warte, wie heißt du? Okay. Dennis. Oh, okay. Normalerweise. Das ist jetzt eine... Ja, so. Mein Name ist... Jetzt bist du drauf. Jetzt musst du ganz kurz hier... Ich habe die Regeln abgelesen. Ich krebiere sie abschließen. Ach, du musst deine E-Mail-Adresse verifizieren. Anita, du kannst gar nicht mit uns mitspielen. Ja... Das geht nicht. Ja, du kannst leider nicht mit uns spielen. Tut mir leid. Ja, es geht halt nicht. Diese Gitarre muss... Nee, wir lachen wegen der Gitarre. Diese Gitarre muss mitkommen. Du kannst nicht mitspielen. Oh mein Gott. Ja, aber du brauchst halt Discord, um mit uns zu reden. Weil wir reden über Discord. Dann müsst ihr aber die alte Gitarre, glaube ich, mitnehmen. Wie die andere. Ich glaube, ich würde meine Kumpels links und rechts neben mir damit viel zu euch abfacken. Nee, wirklich. Wirklich, bring die mit. Und dann kamen wir mit dem Social-Team vorbei und machen davon ein schönes... Wenn Platz ist, gern... Ich mach das freiwillig. Was? Aha. Content mit Gitarren. Aha, okay. Ich möchte aber, dass wie so ein richtiger Rockstar dann auch zerkloppt wird auf dem Boden. Nein. Ich hätte aber noch was anderes dabei, was ein bisschen handlicher ist. Aber für... Eine Ukulele? Eine Geige oder was? Nein. Ich weiß nicht, ob ich es gerade sauber spielen kann. Das ist dann ja nicht so fancy. Also wenn du da halt sitzt mit einer fette Gitarre und irgendwie so wie so ein Straßenmusiker in der LAN-Area sitzt. Also das kann ich mir wirklich sehr witzig in der Social Media. Das wäre schon geil. Da muss ich aber auch noch einen Hut mitnehmen. Ja, du kriegst dein Social-Feature. Versprochen. Ich nehme auch ganz viel Kleingeld mit. Ja, was? Yes. Die ganze Spardose. Ja, ja, kriegst du. Ich wollte mir extra so Rollen aus der Bank, die ich dann frisch aufmachen kann. Dann klimper sie die da hinten. Einfach so die ganzen Rollen in den Hut pfeffern. Ja, ja. Einfach abwerfen damit. Jede Ausrede, wenn du in der LAN-Area so lange wie möglich zu chillst, ist eine gute Ausrede. Ja, Junge. Das passt schon. Das schauen wir dann mal, wie lange du in der LAN-Area sitzt. Ja, Jessie, das hast du auch nicht gehört. Gut, dass wir es vorhin gesprochen haben. Okay, sind wir alle bereit? Dann würde ich sagen, starten wir. Oder warten wir auf deine Schwester? Nee, nee. Sie hat keine Discount-E-Mail-Verifizierung. Den ganzen Wumson ist da und jetzt ist es zu lange. Wie viele sind wir denn jetzt gerade noch? Acht. Steht da unten. Ich rauche wieder, Entschuldigung. Alles gut. Ich würde sagen, wir machen irgendwie noch so eine Abschlussrunde oder eine zweite Abschlussrunde. Keine Ahnung. Vielleicht können wir ja in den Abschlussrunden noch ein bisschen eskalieren. Ja, wir können Hide and Seag spielen. Das wollte ich gerade auch vorschlagen. Keine Ahnung, was das ist. Im Endeffekt geht es darum, Leichen werden keine reported. Es wird kein Meeting gemacht. Wir können ruhig währenddessen quatschen. Die Impostor-Vision ist so niedrig wie möglich. Die Crewmate-Vision so hoch wie möglich, würde ich jetzt zumindest vorschlagen. Und dann müssen die Impostor einfach alle killen, bevor die Crewmates alle Tasks machen. Okay, wer dafür ist nach links und wer dagegen ist nach rechts und wer sich enthält in die Mitte. Hä? Wer dafür ist nach links und wer dagegen ist nach rechts. Und Mitte enthalten. Und rechts. Ich glaube, fast das ist geklärt. Nee, aus Protest gehe ich nach links. Aber dann müssen wir auch den Movement-Vision schleichen hochstellen. Ich komme mit, der Koch ist auf deiner Seite. Warte mal, alle nicht so schnell. Okay, also erstmal Crewmate-Vision so hoch wie möglich. Ja. Dann Impostor-Vision so niedrig wie möglich. Genau. Movement-Vision auf was? Ähm. Und viel schneller. Drei. Ich würde sagen, zwei ist, glaube ich, angenehmer, oder? Ja, zwei ist angenehmer. Okay. Dann gibt dir doch fünf. Dann, ich würde sagen, ein Impostor, oder? Ein Impostor, ja. Einer, der es sucht. Und die Tasks müssen deutlich runter, weil der Impostor, er kann sich auch outen, dass er Impostor ist. Also, es ist möglich. Wäre gut auf jeden Fall. Sobald, also alle bleiben stehen und dann werden Commss sabotiert. Direkt am Anfang. Sobald es geht. Und Commss darf nicht gefixt werden. Ah, okay. Oh, stimmt. Das gehört auch dazu. Das heißt, ihr müsst euch eure Tasks merken. Ja. Und Killcooler, würde ich sagen, dafür runter. Weil ich kann sowas nicht. Ja, Killcooler auf 20. Und gucken, ob irgendwas blinkt. Wenn irgendwas geht, dann ist es auch... Genau, einfach die Räume ablaufen und wenn was gelb ist, dann ist da eine Task. Einfach die Kamera, die Handykamera rausholen. Ja, außer bei Commss nicht an dieses Radio gehen. Stimmt. Einfach nicht an das Radio gehen. Okay, also... An das Radio gehen. Okay. Also, kurze Frage, wie viele Tasks machen wir dann? Alle. Machen wir die Long-Tasks raus und machen wir lieber zwei Short-Tasks dafür rein. Okay. Dann zwei Short-Tasks und eine kommen. Dann Killcooler auf 20, würde ich sagen. Ja. Okay. Die Rollen können eigentlich alle raus, in dem Fall. Ja, die Rollen können raus. Das brauchen wir sowieso nicht im Endeffekt. Äh, ach, die sind hier. Der Scientist mit seinem Tablet, das war ein bisschen komisch. Das hat irgendwie nichts gebracht. Ja. Ich hab immer, wenn ich gesehen hab, dass jemand gestorben ist, ich hab angefangen zu suchen und ich hab niemanden gefunden. Das war wirklich Top-Match. Da kannst du sagen. Also, Regel nochmal zusammengefasst. Wir stehen alle in Cafeteria. Wie lange können wir vorlaufen, bis der Killer uns hinterherlaufen darf? Ich hätt gesagt, wir laufen schon mal los. Der Killer muss halt erst mal Ding anmachen. Hier, äh. Genau, aber ihr dürft halt noch keine Tasks machen. Das ist halt das Wichtige. Okay. Tasks dürfen erst angefangen werden, wenn Coms sabotiert ist. Okay. Äh, Kill-Distance passt Medium? Oder hat er da schon längere Kill-Distance als Sichtweite? Ich weiß gerade gar nicht. Äh, wir kannst Medium lassen. Ja, ich glaub auch. Du kannst ja quasi Blindkill. Ja, stimmt. Kill-Button-Spam. Ja, richtig. Und dann würde ich sagen, oh, du Scheiße. Okay, dann probier ich. Okay, let's go. Also, wir reden aber trotzdem, ne? Ja, ja, wir bleiben unmute. Okay, ja, ja. Die Crewmates dürfen auch teilen, wo der Imposter gerade ist, ne? Also, ihr dürft gerade sagen. Okay. Oder wir dürfen sagen. Oder wer gestorben ist. Ein Imposter, der sich nicht auch so langweilig. Nicht mehr sagen, wo er ist. Ah, okay. Oh, ich bin Imposter. Warum ist meine Vision so klein? Ui. Ui. Das ist halt in dir. Okay. Du musst die Leute schicken. Ja, halt gut. Das ist dann. Das bleibt. Wait. Oh mein Gott. Nein, ich hab jetzt fast jemanden gekillt. Äh, jetzt kann ich Coms. Ja. Und ich würd sagen, jetzt lauf ich los. Ja, da lauf ich weg. Eckstein, Eckstein. Das macht gar keinen Spaß, Alter. Hallo? Da ist schon wieder, ach, da ist. Oh nein. Nein. Leiche liegt in, ähm, um, 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 Dings, äh, 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 Appenz, 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 ja. Mensch. Oh, da war doch jemand, da war doch gerade jemand. Ah, nein. Äh, wie sieht's mit Toten aus? Dürfen Tote reden? Tote dürfen reden, aber ich darf halt nicht sagen. Ja, aber halt keine, ich darf nicht sagen. Ella. Nein. Komm schon. Dürfen halt nicht sagen. Oh. Äh, hallo. Hallo? Sie ist gerade in Storage schreit. Dieser scheiß Upload, ne, der ist komplett vorbei. Ich kann doch nicht killen, keine Sorge, Leute. Keine Sorge. Drei Aufgaben, oder? Ja. Oh mein Gott. Äh, darf ich wenden? Du darfst auch wenden. Du darfst auch wenden. Was sagen? Ja, ich hab wohl nichts zu sagen. Hallo? Ja, keine Sorge, ich kann ihn... Verdammt, er ist hoch. Hallo? Wir hätten jetzt einfach auch noch einen, der, der aufwenden kann. Das wär witzig. Stimmt, mit Engine hier noch dabei. Lauf, Gleichkeit vier, drei, zwei, eins. Macht auch eure Tasks. Ich weiß nicht, wer muss ich eine Tasks haben. Ich hab keine Ahnung. Einfach an jeden möglichen Tasks ranlaufen. Und bin ich dabei. Oh, hallo? Oh, scheiße. Hallo? Wo bist du hin? Nein. Er muss noch Tasks machen. Ja, ich vermutlich. Aber ich weiß es nicht. Verdammt, Versailles, wo bist du hin? Find ich aber nicht cool. Er ist einfach gewendet, Alter, lol. Oh Gott. Ist jemand, hallo? Ich glaub, ich hab auch alle. Es sind drei Tasks, die man machen muss, richtig? Ja, ich hab auch alle meine drei gemacht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich find auch keine neun mehr. Also geh ich mal davon aus. Ja, dann muss das Spiel ja vorbei sein. Irgendwer hat noch einen. Theoretisch, ja. Ja, ich find nichts. Also ich glaub, ich hab alles. Oh. Nein! Nein! Noch anstrengender als Impostor ist, dass wir die Namen oft aussehen. Die Toten wissen auch noch, ne? Wie viele Leute leben, wer lebt noch? Ich glaub, Versaia. Versaia lebt noch. Ich hab wirklich nur noch... Oh! Nein, 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 nein. Wo? Nein! Ich kann nur entkommen. Äh. Oh, oh. Oh Gott! Nein! 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 Oh Gott! Welche beste Überlebende war? Normalerweise, wenn es noch zwei Überlebende sind, dürfen Kommen gewixt werden. Ach so. Das wollte ich versuchen zu sagen, aber... Top. Next time. Alter. Ey, das war mal, ähm, ja. Okay. Dann... Scheiß-Upload-Task, Mann. Da ist man halt dann wirklich am Arsch, wenn man die... Also insgesamt drei Tasks und die Common-Task kann theoretisch eine Follow-Up-Task sein, oder? Ja. Die Common-Task können Wires sein. Okay. Ja. Auf Polos macht das Ganze nochmal mehr Spaß, weil es halt viel riesiger ist. Aber ich glaube, das wäre jetzt zu verwirrend. Wer ist es? Hallo? Oh, Kacke. Wer hat einen Bock, sich zu Autos... Warte halt, stopp doch nicht. Dings machen, noch kein Tasks machen. Ach, ja. Ich hab auch mal gemacht, aber... Das sag ich's. Was muss ich da rotieren? Äh, komm's. Komm's. Das ist unten links ungefähr. Und nicht die Türen zu machen. Ja, ja, unten rechts, sorry. Die Türen zu machen? Okay. Let's go. Let's go. Hallo, Jessie. Hi. Nein. Bein in die Hand. Bein in die Hand. Okay, schnell Weapons uploaden machen. Scheiße. Oh, 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 oh. Sie ist... Wer ist noch mal? Sie kommt, entkommst. Ich kann eh noch nicht fehlen, keine Sorge. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Jetzt hast du Zeit, ihn noch mal zu machen. Ja. Nein. Nein. Gefunden hab ich hier ne Leiche. Nicht diese Aufgabe. Ah. Ich find's nicht... Oh Gott. Nein. Oh, Woka. Ist doch easy die Aufgabe. Ja, mittlerweile. Ein Swipe und fertig. Oh fuck, ich hätte aufpassen müssen, wo ich... Okay, ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Ich glaub, ich bin auch. Ja, sowieso. Ich glaub, eins freu ich noch. Dennis. Hey. Oder wo? Scheiße. Da. Das Woka. Hey. Nee, ich glaub, ich bin wirklich fertig. Ich such gerade mal die Böse. Oh, so. Einfach bei jeder Klasse. Also. Kurz umdrehen. Oh. Also. Kurze Frage. Darf man Electrical machen? Äh, ich meine, äh, Camps. Doof. Also, ich hab's nicht benutzt. Was, Camps? Äh, darf man theoretisch auch in die Camps gehen? Das bringt ja nichts. Kommst, ist sabotiert. Ach ja, stimmt. Achso, stimmt ja. Ah! Also, du kannst in die Camps gehen, aber... Die sind alle auf einer Seite hier. Ich, ich glaube, ihr dürft... Ich glaube, ihr dürft Camps fixen. Ich glaube, es ist soweit. Ja, okay. Ich hab nichts mehr. Ah! Vielleicht nicht mehr. Victory! Ah! Geil. Aber ich hab tatsächlich auf Timer gekillt. Also, ich hätte gar nicht öfters killen können. Immer wenn die 20 Sekunden abgelaufen sind, hab ich jemanden gekißt. Oh. Ja, die Crewmails waren das mal gut mit Ehrenthast. Okay, das war super. Vielleicht auf 15 runter, keine Ahnung. So, alle guten Dinge sind drei. Soll ich, soll ich dann? Okay, let's go. Kann ich das noch unterstellen für die letzten 15? Ja, können wir. Killcool dann auf 15 vielleicht. Ja. Auf 15. Okay. Dann würden wir auch Taskbar-Update vielleicht die ganze Zeit anhaben. Dass man auch sieht, wie viel Zeit man noch hat. Ja, das find ich echt... Weil dann kann man überprüfen, ob man noch eine Task machen muss oder nicht. Aber dann mach ich jetzt auch Player-Speed auf 2,5. Ich hab auch in Schade gehofft. Hui, hui, hui. Jawoll. Okay, let's do it. Seid ihr ready? Ready? Ja, ready. Letztendlich emotional vor, letzte Runde. Und dann... Ich bin nicht Impostor, dann mach ich alle vier. Oh, ich kann nicht. Weil Impostor ist... In der Runde ist witzig. Bei Herde-Speed. Doch, da kann man gerne... Jawoll. Ah, nein! Ich glaub, der Reaktion zufolge ist unsere Jinx auch Killerin. Wo ist Reaktor? Links. Zwo, drei, vier. Du Scheiße. So. Kommst du sabotiert. So. Leute, wisst ihr, was mir nicht gefällt? Hm? Oh, ich bin die Erste! Jessie ist bei uns. Und wir haben die schlimmste Task ever. Oh, ja. Perfekt. Äh, wo muss ich denn... Diese blöden Schalter hier. Das war das Dritte. Ich weiß, das ist schwer. Ja! Hättest du mich zueinander nehmen können? Fuck. Da war der Kult auch noch nicht ready. Entschuldigung. Oh, Mann! Ich hab gehofft... Okay. Die Cave steht links von mir. Wenn sie hier reinkommt, würdst du ihn nehmen. Oh, Mann! Liebernd. Alle. Ja, alles was. So, haben wir noch was? Jawoll. Hi, Gordon. Ich seh gar nicht, was ich töte. Ich muss hier mittlerweile aufpassen, wenn ich meinen Task mache, dass ich nicht versehentlich eine Leiche reporte. Natürlich. Das ist schon schwierig. Oh nein, Kabel. Ja. Ich hab halt zwei Kabel gehabt, Alter. Was willst du eigentlich? Ja, gut. Jeder hat drei. Das ist halt wirklich die Arschkarte. Kabel und Upload. Ach, das ist scheiße. Ja, gib mir mehr Infos. Hervorragend. Danke. Ja, passt. Alles gut. Mervis ist ja sowieso schon tot. Wir spielen ja nicht mit unseren Teammates. Wir sind jetzt tot. Wie viel Leben noch? Er spielt schon mit seinen Teammates. Äh, also zwei seh ich, die noch leben. Ja, ich auch. Lebt außer Wok- Okay, der war meinetlich. Ich glaub, mehr haben sonst nicht mehr gelebt. Nee. Also, Don hat noch gelebt, aber ne. Ja, ich hab auch noch gelebt, ja. Ja, also zwei Crewmates, mein ich halt. Ja, dann vielen Dank für diesen, äh, chilligen Spieleabend. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und das müssen wir wiederholen. Ja, war so wahr. So, die Länder machen nochmal auf drei Geschwindigkeitsspeed hier, dass die Leute hier nochmal... Zoom, zoom, zoom. Endlich kann Gordon richtig in der Fische rumrendern. Hui! Ich bin grad sowieso... You got your fucking chicken legs ready. Hey, Gordon, spiel jetzt mal noch. Oh, das ist... Oh mein Gott. Jetzt... Jetzt komplett verrückt werden noch, oder wie? So, ich weiß nicht, ob ihr jetzt rausgeflogen seid. I don't know. Nee, ich... Einfach jemand anderes Lobby-Leader dann. Ja, okay. Okay, okay. Ja, dann vielen lieben Dank für die coolen Games. Ich guck jetzt erstmal, was man mit dieser neuen Währung machen kann. Welche? Die Bohnen? Die Bohnen. Da kannst du im Hauptmenü... Kleinen Moment. So ein Shop, ich weiß. Da muss ich erstmal gucken, was man da macht. Oder kannst du shoppen. Wärts gedacht. Neil. Okay, das mach ich jetzt erstmal. Snack Cosmic Cube gibt's für Bohnen. Sweet. So, wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Gleichfalls. Gleichfalls. Und ja, man hört und stört sich oder spätestens liest sich. Ja. Gut. Tschüss. 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 Euch allen einen schönen Abend. Tschüssi. 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 Gleichfalls. Tschau. Tschüssi.